Theosophie. Theosophie ist die Wissenschaft von Gott. Theos heißt Gott, Sophia ist die Wissenschaft und die Weisheit, das Wissen. Theosophie ist ursprünglich das, was sich mit der, mit Gott beschäftigt. Theosophie wurde zum Beispiel auch im ganzen indischen Mittelalter, nicht im indischen, im europäischen Mittelalter geprägt und so wurde manchmal Theosophie als Gegenpol genannt zur Theologie. Logos ist das, ist auch der Sinn. Logos ist aber auch die Vernunft. Logos ist aber auch die Sprache und die Theologie ist also die Vernunftswissenschaft über Gott und die Theosophie ist die Weisheit über Gott, wo es also um tieferes Verständnis geht, wo es um Erfahrung geht. So wird zum Beispiel gesagt, dass Jakob Böhme Theosophie gelehrt hat. Also Jakob Böhme war ein Mystiker, jemand, der Gott erfahren hat und jemand, der auch gelehrt hat, wie man die Gegenwart Gottes erfahren kann. Daher ein Theosoph, der die Weisheit Gottes gelehrt hat. Im engeren Sinn ist die Theosophie eine Bewegung, die mit Helena Petrovna Blavatsky begonnen hat, Madame Blavatsky auch genannt, die im 19. Jahrhundert gelebt hatte und die Einheit der verschiedenen Religionen gelehrt hatte. Und sie hatte so gesagt, es gibt eine Weisheit hinter allem, Sophia. Und diese ist ausgerichtet auf Theos, also Gott. Und die Theosophie soll zeigen, dass in allen Religionen und Kulturen letztlich eine ähnliche Wissenschaft von Gott ist. Natürlich, die Theosophie hat ihr eigenes, okkultes, esoterisches Weltbild. Dort wird gesagt, es gab auf diesem Planeten schon mehrere Zivilisationen, Lemurien und Atlantis und jetzt die jetzige. Und es wird gesprochen, dass es Eingeweihte gegeben hat, die aus Atlantis überlebt haben und dann in dieses Zeitalter gekommen sind. Und es wird dann gesagt, dass diese Eingeweihten in den verschiedenen Kulturen Ähnliches gelehrt haben und dass deshalb das Innere aller Kulturen eins ist. Und so sagt Madame Blavatsky und die anderen, die die Theosophie letztlich mit ihr und nach ihr aufgebaut haben, sagten dann, es gab dann die großen Kulturen, wo die Eingeweihten waren, die ägyptische Hochkultur, die mesopotamische, die indische, wie auch die chinesische, also die vier klassischen Hochkulturen. Aber auch später dann in Griechenland und im alten Rom, auch in Afrika, Amerika, überall gab es diese Menschen, die zu ähnlichen Schlüssen gekommen sind. Und ob man jetzt an diese verschiedenen Kulturen glaubt und sagt, dass das Ganze von Atlantis kommt oder ob man einfach feststellt, ja, Menschen auf der ganzen Welt haben ähnliche Glaubensvorstellungen von Gott. Es spielt nicht die große Rolle. Ich glaube, eine der großen Leistungen der Theosophie ist, die Wertschätzung für die verschiedenen Religionen zu haben. Das klingt uns heute selbstverständlich. Wir sollten aber nicht vergessen, dass im 19. Jahrhundert, Zeit des Kolonialismus, die Europäer gedacht haben, Christentum ist überlegen. Und außerdem der weiße Mann ist allen überlegen. Und die europäische Zivilisation ist überlegen. Und so, ich habe das selbst noch erlebt in meinen ersten Religionsjahren. Also im Religionsunterricht wurde erst gesagt, erst gab es die primitiven, die animistischen Religionen. Dann daraus entstand dann der Polytheismus, schon ein bisschen weiterentwickelt, aber nicht sehr weit. Dann kam die monotheistische Entwicklung im Judentum, Weiterentwicklung. Und dann kam das Christentum. Also dann eben die Höchstentwicklung der Religion. Eine Abirrung der Islam. Und dann letztlich Luther hat das Ganze wieder, hat das Ganze erst richtig interpretiert, weil es jahrhundertelang von den Katholiken falsch interpretiert wurde. Du siehst, ich bin evangelisch aufgewachsen. Und so war die Vorstellung der Europäer lange Zeit. Es gab zwar schon die Aufklärung, aber selbst Immanuel Kant, der große Philosoph der Aufklärung, hatte gemeint, dass die Schwarzen irgendwie minderwertig sein. Dagegen, die Theosophie vom Ansatz her hat eben gesagt, die Weisheit finden wir am meisten in Indien. Bei den Buddhisten, bei den Hindus, mindestens bei den verborgenen Meistern dort. Das ist eine unglaubliche Leistung, sich vorzustellen, dass die ach so überlegenen Europäer etwas lernen könnten von den Indern und von den Tibetern und von den Chinesen. Und dass eben nicht das Christentum die einzige Hochreligion ist. Das ist die große Leistung der Theosophie. Eine der großen Leistungen. Und die zweite große Leistung ist sicherlich, die Einheit der Religionen anzuerkennen und zu sagen, dass in allen Kulturen es, gut, sie haben es Eingeweihte genannt. Menschen gab, die tiefe Weisheit hatten, Sophia, die Gott erfahren haben, Theos, und die deshalb zu ähnlichen Erfahrungen kommen. Theosophie, die Weisheit von Gott, die über Religion hinausgeht, über Theologie und Begriffssysteme hinausgeht und sagt, das Göttliche ist überall erfahrbar und wurde überall erfahren und kann heute von allen erfahren werden. Und die Essenz der Religionen ist letztlich überall eins. Ja, wenn du mehr wissen willst, über die Theosophische Gesellschaft, über Madame Blavatsky, über Annie Biesent, über Liedbieter und noch viele anderen Theosophen, dann geh einfach auf die Internetseite wiki.yoga-vidya.de, querstrich Theosophie oder auch Theosophische, neues Wort Gesellschaft und dort findest du mehr darüber. Mein Name, Sukadeh von www.yoga-vidya.de. Vielen Dank. Vielen Dank.